Wann werden die Mütterrenten 2 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. In den letzten Wochen und Monaten bekommen wir sehr, sehr viele Anfragen rein zu dem Thema Mütterrente, Mütterrente 2 und wann vor allen Dingen diese Mütterrenten 2 endlich ausgezahlt werden. Unsere Informationen dazu sind, dass die Mütterrenten 2 bis zum 30.06. vollständig für alle Rentnerinnen und Rentner, die die Kindererziehungszeiten für die Kinder, die vor 1992 geboren worden sind, zugesprochen bekommen haben, auch tatsächlich ausgezahlt bekommen. Nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Die Mütterrente 2 ist praktisch eine Erweiterung der bestehenden Mütterrente 1. Diese wurde zum 1.01.2019 in das gesetzliche Rentenrecht überführt oder eingeführt. Und wir haben hier zwei klassische Fallkonstellationen. Erstens die Bestandsrentnerinnen oder Rentner, die bekommen den sogenannten abschlagsfreien Zuschlag. Pro Kind 0,5 Entgeltpunkte oder die noch nicht in Rente sind, bekommen eine Erweiterung der Wartezeit um jeweils 6 Kalendermonate. Wenn die Mütterrente bis zum 30.06. diesen Jahres noch nicht bei Ihnen mit einem neuen Rentenbescheid festgeschrieben ist oder Sie bekommen kein Geld ausgezahlt oder Sie merken, dass keine Rentenerhöhung bei Ihnen auf dem Konto ankommt, dann können wir Ihnen nur empfehlen, schreiben Sie bitte die Deutsche Rentenversicherung an oder rufen Sie dort an und fragen nach, was da eigentlich los ist. Ansonsten, wenn Sie damit nicht klarkommen, buchen Sie einfach unsere Beratungsleistung oder rufen Sie uns an, dann können wir Ihnen selbstverständlich da auch helfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen und der neuen Mütterrente 2 eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.